Ich kenne den Herrn, ich kenne den Heiland. Wir sind, er ist von Kindheit an bei mir, mit mir und handelt durch mich. Aber man erwartet vielleicht von einem Begnadeten, das blöde Wort, von einem Werkzeug Gottes, dass er nach euren Ohren spricht, schmeichelt. Kennt ihr die Stelle in der Heiligen Schrift? Die Ohren schmeichelt. Oh nein! Ich wünsche nur, dass euer Ohr geschmeichelt wird, wenn ich vom lieben Gott rede.